Warum? Warum Bernhard? Da kannst du rein und rauslaufen, wie du willst. Ja, Bernhard ist auch schön. Achso, man kennt sich auch. Ich weiß schon, Bernhard. Wie lange? Ja, sechs Monate. Hey, 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 hey. Schau dir die Kamera weg, gell. Jetzt mal ganz ehrlich, lieber Anton. Vielleicht wird die Kamera weg. Nein, ich filme so auf mich. Ich schneide es dann sowieso alles weg. Also mal ganz ehrlich gesagt. Die Zukunft von Deutschland sieht beschissen aus. Dank diesem Menschen. Stell dich mal vor. Nein, du! Ah, ja. Jetzt bist du 25. Wann soll es mal weitest gehen mit dir? Wann soll es mal besser gehen mit dir? Immer Knast, Knast, Knast. Aber das ist doch keine Lebensweise. Er schaut dich an und soll er filmen. Nein, ich mag das nicht. Ich soll nicht besser machen, ich mag das nicht. Bekenne dich. Bekenne dich. Bekenne dich. Sag, dass du in der Gesellschaft ruiniert worden bist. Sag es. Man hat dich versaut. Ich gucke die Kamera weg. Sag es doch. Also. Die Batterie ist sowieso leer. Jetzt kommen wir in der Zeit und dann, gell. Was darfst du? Waffen werden. Warum kommst du denn da drauf? Ja, ich kenne Geschichten. Wieso, waffen Geschichten. Wieso, waffen Geschichten? Die Batterie ist leer. Ich halte sie nur so. Es ist eine Audioaufnahme, eine Audioaufnahme. Keine Wiese. Mach mal Platz, mach mal Platz. Fahrt er dich über den Haufen. Also. Also. Immer sehr, was er tut. Ach, er tut einem schon leid. Der wird sein ganzes Leben lang. Im Knast davon. Sagt man das. Der ist sechs Monate unterwegs. Und dann kriegt er wieder verfahren. Der ist ein bisschen verrädigt. Und dann kriegt er nur noch ein Problem. Der ist nicht nur so. Hier ist ein Problem. Der ist ein Problem. Italiener zum Montag, Schnitt, Schnitt, Feierabend für heute.